So Leute, da ich in die Richtung noch nie wirklich gegangen bin, gehe ich jetzt erstmal noch ein bisschen auf Erkundungstour, weil, also dieses trostlose Minen ist mir dann doch irgendwann auch genug. Und da hinten ist ein Villager, der ein paar Lamis dabei hat, da gehe ich auch gleich mal hin. Und, ähm, was? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Warum habe ich jetzt seine Leine? Und warum, da haut er jetzt ab? Und warum ist ein Lami in meinem, ähm, in meinem Boot? Lami! Hey! Brudi, geh zurück! Geh da zurück! Der braucht dich, Alter! Los! Ja, Abfahrt! Und übrigens, Leute, nehme ich das Zuckerrohr jetzt gleich mit, weil ich weiß, dass wir richtig, richtig viel Zuckerrohr brauchen werden für den Enchanter. Das nehme ich jetzt gleich einfach alles mit, so. Und ernsthaft, als ob da hinten jetzt Kühe sind. Ich habe eine Stunde lang Kühe gesucht und jetzt sind hier einfach 10.000 Kühe. Oh, ich töte dich aber. Ich brauche das Leder. Es tut mir leid. Ich habe jetzt schon 6 Leder. Das waren 3 Kühe. Und ich brauche insgesamt... Wie viele Bücherregale brauchen wir? 15? 45? Ich brauche 45 Leder. Oh, da hinten ist ganz viel Zuckerrohr. Zuckerrohr ist sehr gut. Oh, sogar... Wirklich sehr, sehr viel Zuckerrohr. Hier auch direkt Zuckerrohr. Und ich muss gucken... Doch, ich habe noch 51 Brot, Alter. Alles easy. Warum haben wir denn jetzt plötzlich... Hat unsere Pechsträhne uns verlassen, Leute? Haben wir jetzt wirklich Glück in diesem Projekt? Und ein Pferd. Hallo, liebes Pferd. Ich habe sogar ein satteliebes Pferd, aber... Das ist zu Hause. Tut mir leid. Sonst hätte ich dich mitgenommen. Aber du gibst Leder. Es tut mir leid. Alter, wie die immer schreien. Nein, schreien die so... Lol? Was war denn bei dir gerade los? Er hat einfach Speed 10 gefüllt gehabt. Yo, sind hier viele scharfe Kühe. Warum sind in dem Biom hier so viele Tiere? Also, wenn es so weiter geht mit den Tieren und mit den Kühen, dann habe ich hier gleich genügend Leder einfach für den Enchanter und habe mir wirklich... Also, wirklich für einen 30er Enchanter, glaube ich, insgesamt 5 Stunden gefarmt, was ich jetzt innerhalb von 10 Minuten gemacht habe. So, Leute. Ich mache mich mal wieder auf den Weg nach Hause beziehungsweise zu unseren Kühen. Das ist ja lange nicht das Zuhause. Aber erstens glaube ich, dass man die jetzt wieder paaren kann. Und zweitens hoffe ich, dass ich auf dem Rückweg, weil ich ja gerade eben so viel Glück hatte, dass ich auf dem Rückweg wieder ein paar Kühe finde, die ich gleich töten kann. Weil ich habe jetzt schon 19 Leder und wir brauchen insgesamt 45, also einen Stack circa. Außer ich habe mich komplett verschätzt oder verrechnet. Aber theoretisch, wenn ich 15 Bücherregale noch brauche, ja, 15, 15 bis 20 würde ich sagen und wir pro Bücherregal drei Bücher brauchen, heißt es 20 mal 3 im schlimmsten Fall und das sind halt dann 60. Heißt, theoretisch müsste ich dann genug haben. Oh, da muss ich gerade, tut mir leid, da muss ich gerade ganz kurz hochziehen. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Okay, es war beabsichtigt, aber ich wollte nicht, dass ihr es hört. Oh, Kühe. Ja. Die nächsten Kühe. Und da drüben sind wieder Pferde und Schweine und einfach alles. Let's, ich screenshot hier mit mir mal die Koordinaten, damit ich hier wieder hinkommen kann, falls ich mal wieder Tiere brauche oder Essen oder Leder. Weil also das Biom hier ist ja mal mega sick. Warum habe ich sowas nicht gefunden, als ich ewig lang meine Kühe gesucht habe? Das ist ein Dorf. Ja, hier ist ein Dorf. Hier ist ein Dorf. Yes. Und Kühe im Dorf. Es tut mir leid, liebe Wilder, dass ich eure Kühe töte. Aber ich brauche den Loot. Oh, hallo, liebes Dorf. Geil. Das hier ist schon so ein richtig fortgeschrittenes Dorf. Weil hier gibt es auch schon hier die Käfige mit den Schäfchen. Und ich muss gleich jetzt mal gucken, wie ich überhaupt wieder nach Hause komme. Ich glaube, ich bin irgendwo von da gekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und da hinten standen schon wieder Kühe. Warum bin ich nicht früher in dieses Biom gekommen? Ich habe so viel Zeit verschwendet einfach. So, okay, Leute. Ich glaube, ich bin von da gekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Selbst wenn nicht, dann sind da Kühe. Wegen dem Leder. Da sind doch, da sind doch schon wieder, oh, ich fass es nicht. Warum, warum habe ich, ne, wisst ihr, ich habe mir so viele Gedanken darum gemacht, die wir diesen 30er in Chant da machen können. Und jetzt komme ich in dieses Biom und finde einfach alles, was ich brauche. Also guckt allein in meine Leiste. Ich habe jetzt schon eigentlich fast genügend Leder. Fast. um alles zu machen, was ich brauche. Leute, die Frage ist jetzt, wo sind wir hergekommen? Gerade habe ich noch keine richtige Orientierung daran. Falls nicht, würde ich gleich mal Koordinaten aufmachen. Ah, oder? Hier waren wir doch schon mal. Hoffe ich. Ne, hier waren wir noch nie. Okay. Ähm. Also ich renne einfach mal in die Richtung, wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall von da gekommen bin. Aber, ob ich da wirklich hergekommen bin oder ob ich schon lange daran vorbeigerannt bin, wo ich eigentlich hinwollte, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. So, Leute. Also. Wir sind tatsächlich fast nah dran gewesen. Aber auch nur fast. Denn wir müssen noch 200 Blöcke in die Richtung. Ja, wir hätten am Villagerdorf eigentlich rechts lang, aber ich bin links lang, weil da die Kühe standen. Aber okay. Nun weiß ich Bescheid. Ich habe jetzt 33 Leder. Ich vermehre die Kühe jetzt noch einmal und dann töte ich alle bis auf vier. Und dann haben wir genug Leder für den 30er Enchanter. Und ich würde dann fast behaupten, in der nächsten Folge geht es dann ran, nach Hause zu fahren und den 30er Enchanter zu machen. Und dann haben wir endlich das, wo ich seit Folgen, seit wirklich so vielen Folgen darauf hinstrebe, auch endlich geschafft. Und mit dem 30er Enchanter geht es dann, geht es dann richtig los. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so blöd. Okay, wir müssen, wir müssen wieder genau da lang. Okay, Leute, es tut mir leid. Ich hatte den falschen Screenshot offen, wo die Koordinaten standen. Huch. Wir sind genau von der, von der X-Koordinate auf der richtigen, von Z noch gar nicht. Nee, hä? Nee, wir müssen Z noch da. Dann war ich doch komplett richtig. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, einfach so sinnlos gelaufen. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Ich habe doch gewusst, dass ich das alles hier schon mal gesehen habe. Nur das Feuer da im Wald hat mich irritiert, weil das hatte ich noch nie gesehen. Und deswegen bin ich hier nicht weitergegangen. Oh Mann. Das ist natürlich unangenehm jetzt. Und da ist es, Leute. Da ist es. Genau da sind unsere Kühe. Genau da. Da stehen sie. Da. Hallo, Freunde. Ich habe euch so vermisst. Und ich habe so viel mehr gefunden, als ihr erwartet hättet. Na, alles fit, Kollegen? Wie geht's euch? Geht's gut? Läuft alles? Kommt mal her. Ja. Ja, und dadurch das... Oh, ja, ernsthaft. Okay, egal, Leute. Es tut mir leid. Aber einer nach dem anderen muss jetzt von euch leiden. So, seht ihr? Und jetzt haben wir sogar noch eine ganze Menge an Kühen, die halt einfach klein sind. Und die, glaube ich, eine Mom brauchen. Aber es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Und so, auf jeden Fall würde ich damit sagen, Leute. Nach einer echt chaotischen Folge und nach echt viel Geschehnissen beende ich damit diese Folge. In der nächsten Folge heißt es dann, den 30er Inchanter endlich zu machen und zu erbauen. Und ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dann und ciao. Okay, wir müssen... Wir müssen wieder genau da lang. Okay, Leute. Es tut mir leid. Ich hatte den falschen Screenshot offen, wo die Koordinaten standen. Huch.